Hallo, ich bin Valentimo und ich bin heute im Auftrag der Liebe unterwegs. Ich werde probieren, Frauenherzen zum Schmelzen zu bringen. Und das mache ich mit diesem Geschenkekorb hier von Edeka Kuhn. Da ist alles mit drin, was Frauen so mögen. Schokolade, Prosecco, Badesalz. Angekommen in Durmersheim, bei Gabriele, die werden wir jetzt überraschen, die weiß noch gar nichts. Hallo. Moment, ich war erst mal die Musikleiter. Können Sie sich vorstellen, warum ich bei Ihnen vor der Haustür stehe? Wahrscheinlich wegen Valentinstag. Das ist schon mal richtig. Und zwar hat mich Ihre Tochter angerufen bei der Neuen Welle. Bei uns hat sie angerufen und hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen und Ihnen was Gutes tun. Super, ganz toll war es. Also ja, ich bin ganz überwältigt, überrascht, dass meine Tochter so was macht. Und Valentinstag ist Ihr Ding? Ja, Valentinstag finde ich klasse. Finde ich gut, ja. Und darf ich Sie behalten? Sie wollen nicht. Na, selbstverständlich. Die dürfen Sie einfach hier fahren. Ja, darf ich mit? Ja, okay. Gut, dann nehme ich Sie gerade mit. Ja, okay. Danke. Schönen Tag, ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.